ARD Text im Auftrag des ZDF Schläge, Schläge, Schläge Wer hat gewonnen? Kannst du anfangen? Nee, komm, fang gerne Okay, ich fang anfangen Verrückt Kategorie 1, aktuelle Premier League-Klubs Soll ich draufdrücken und dann geht's los? Yes Arsenal Tottenham Chelsea Manchester City Liverpool Manchester United Newcastle Wohlweb-Nornaus West Ham Leeds Das ist fies Ja, ist immer anders West Ham Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon Was haben wir denn noch? Fällt dir nicht mehr ein? Doch doch Ich merke das Fällt mir nicht mehr ein Ja Das Schott Was wäre noch gewesen? Leeds, Norwich. Leicester. Leicester. Leicester, Alter. Norwich, aber war auch gut. Kategorie 2, FIFA Ranting, größer als 88. Messi. Mbappé. Neymar. Haaland. Neuer. Mbappé. Lewandowski. Neuer. Sian Runeido. Mbappé. Dreixler. Sanil. Kimmisch. Halleson. Mbappé. 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 Sian. Mbappé. Ja. Mbappé. Neupaken. Mbappé. Ey BIP! Kategorie 3, aktuelle Teams in der NFL. Oha, da habe ich keine Ahnung, warte mal was nochmal in der NFL, ah super ok, ich habe es, ich habe es. Mach langsam, ich weiß nicht, ja warte lieber, vielleicht geht dann beim Ohr hoch. Tampa Bay, weißt du irgendwas? Jawoll, ich wusste nämlich gar keine. Schalke 0-4. Deutschland, Kiel. Darmstadt. Dynamo Dresden. Düsseldorf. Deutschland. Spanien. Niederlande. Portugal. Niederlande. England. Italien. Norwegen. Ukraine. Frankreich. Schweden. Finnland. Italien. Bosnien. Herzog. Deutschland. Malta. Norwegen. Lichtenstein. Irland. Lichtenstein. San Marino. Schottland. Österreich. Luxemburg. Schweiz. Duels. Ähm. Juhu. Russland. Schottland. Ukraine. Hatten wir schon. War schon. Russland. Ukraine. Hatten wir schon. Komm jetzt. Hatten wir auch schon. Jetzt bin ich raus, erinnern. Vernaatsch. Geil. Vernaatsch. Geil. Vernaatsch. Geil.